Der Hund legt sich erst nur die Eier und frisst dann den Kuchen rauf, pass mal auf. Er springt sofort hin. Und ich würde gerne wissen, was besser geschmeckt hat. Gleich weggerammt! Au! Vorsicht! Aaaaaah! Alter, das müssen wir auch mal. Nächstes Mal machen wir, wenn wir in der Halle sind, Jungs. Alle, die Fußball AG anwählen. So, moin Leute. Ein neues Video und zwar kein Gaming, kein Nichts, sondern einfach mal eine Reaction. Und zwar habe ich ein paar Links bekommen. Jetzt doch dann. Ja, dass ich einfach mal so eine Versuche nicht lachen Videos angucken soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt versuche nicht zu lachen. Ich werde aber ganz normal darauf reagieren, wenn ich lachen muss, muss ich lachen. Wenn ich schmunzle, muss ich schmunzeln. Ist nicht schlimm. Mir wurden ein paar Links geschickt, die ich leider nicht ergucken konnte, weil es einfach schon eine Reaction von jemandem war auf solche Videos. Ich habe jetzt aber einfach mal eingegeben, versuche nicht zu lachen und als Filter diese Woche, also ein ziemlich neues, weil ältere Videos hat man vielleicht alle schon gesehen. Keine Ahnung, was hier drin ist, ob das jetzt vielleicht auch Sachen sind, die ich schon mal kenne. Ich habe nur fünf Sekunden bisher geguckt. Also das, was dem Mädchen passiert, habe ich jetzt schon gesehen. Wir gucken es aber trotzdem nochmal an und dann halt alles zum ersten Mal. Mal schauen, wie lustig es ist. Mal gucken, wie lustig es nicht ist. Äh, ja. Und ich würde mal sagen, let's go! Oh, ja gut. Äh, das sehe ich jeden Tag zehnmal im Drohbaum. Alter, das ist laut. Man kann sich fast immer schon denken, was passiert, oder? Au. Okay. Naja. Warte, sowas lieb ich ja, ne? Wie er... Was versucht? Hä, was muss... Was müssen die da machen? Versucht der da zu dribbeln? Geil. Hä? Ist dir die Angel... Ja, ja, mein Eindes Video ist fertig. Bla, bla, bla. Oh. Ist dir die Angel reingefallen, oder? Oh, voll das teure Ding. Oh nein. Ich schwör's euch, ich hab einmal so ein Ding probiert. Öfters auch. Also ich hab's wirklich probiert. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Ich bin da drauf und wackel wie ein... Wackelt eigentlich. Keine Chance. Schon mehrmals probiert. Es geht einfach nicht. Ich... Keine Ahnung, wie ihr das könnt. Wenn ich da drauf bin, dann geht's nur hin und her. Keine Chance. Okay. Okay. Schade. Das sah echt lustig aus. Was... Was hat sie versucht? Wieso lässt sie los? Hä? Au. Zu weit? Oh, hat er einen Lack, Alter. Dass er nicht mit seinem Kopf da hinten gegengeschlagen ist, ey. Oh nein. Ja, okay. Oh, ja, ja, ja. Das kenn ich. Also nicht... Oh, irgendwer wird doch gleich weggerammt. Au. Vorsicht. Alter, das müssen wir auch mal... Nächstes Mal machen wir, wenn wir in der Halle sind, Jungs. Alle die Fußball AG anwählen. Sie muss doch checken, dass das gleich nochmal kommt. Ah, das schöne Trampoli. Aber er hat's geschafft. Wo? Wo versucht er zu golfen, okay? Ah, ja, ja, gut. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaub, wer schon mal in so einer Trampolinhalle war... Ich glaub, da ist schon mal jedem passiert. Wir gucken's nochmal an, weil's so schön ist. Ah, ja, ja, das ist schon jedem passiert. Das ist wirklich schon... Ja, gut. Ja, okay. Schon oft gesehen, solche Videos, wo die Kuchen... Der Hund sofort am Geiern. Hä, hä. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Habt ihr gesehen? Der Hund legt sich erst noch die Eier. Der Hund legt sich erst noch die Eier und frisst dann den Kuchen rauf. Pass mal auf. Er springt sofort hin. Und ich würd gern wissen, was besser geschmeckt hat. Ja, hier. Kann ich nicht mit dem Ding. Ich bin nur noch am Wackeln. War ja gut, ist noch abgesprungen. Oh ja, bald ist es wieder so weit. Naja, man, hat's nicht wirklich... LOL. Da hat's... Okay. Oh, war das ein Luftballon? Hä, war das ein Luftballon? Hä, warum sollte man den mit Schokolade machen? Versteh ich, ne? Ist das irgendwie... Komm mal da... Und die Schokolade spritzt dir in die Fresse. Na ja, gut. Oh nein. Ja, pass auf. Wenn der wackelt jetzt auch wie... Ja, ja. Ich schwörs euch genauso. Genauso wie ich. Das geht nicht, das Ding. Oh ja. Warte. Wie kriegt ihr das hin, Leute? Alle, die so ein Ding haben, schreibt in... Ich sag immer Chat, warum Chat? Ich hab keinen Livestream. Äh, Chat im... Äh, 1 in Chat, nein. Schreibt in die Kommentare... Wie könnt ihr das, Alter? Ich wackel da auch so, es geht gar nicht. Dieses Ding... Genau wie ich. Genau wie ich. Boah, es war noch Lack, Alter. Das war nur die Beine. Ich hab auch schon tausendmal gesehen, sowas. Oh, das finde ich auch. Ich glaube, das ist auch mega schwer. Das... Ja, ja. Keine Chance, sich zu halten, da irgendwie drauf. Oh, was ist denn hier so viele Trampolin-Videos heute? Schöne Trampolin. Autsch. Ja, okay. Ah. Naja. Ja, hier, pass auf. Das war jetzt aber nicht so in und her, sondern irgendwie... Keine Ahnung. Sie hat... Weiß ich nicht. Ja, egal. Boah, was für eine alte Qualität, Alter. Ja, okay. Wird gerutscht. Der Dicke. Boah. Gerade noch drauf gehalten. Na gut. Und tschüss. Alter, das kann richtig wehtun, wenn du da auf die Steine... Hey, er zockt. Ja, komm, übertreib nicht. So ein Ball aus so einer kleinen Höhe. Aber er tut so, als... Das ist doch sogar so ein Luftball, oder? Naja. Hä? Er springt gegen den Fernseher. Was soll das? Oh, mein Gott. Mega Welle kommt. Vorsicht. Oh, der Junge räumt alle ab. Oder der Mann, oder keine Ahnung. Warte mal. Erst hab ich das gar nicht gesehen, wo ich... Ah, der eine hat sich noch gehalten, aber der andere hat er abgeräumt. Nice. Hä? Was hat er denn? Hey, die Leine fährt so... Wir sind irgendwie auf dem Boot. Okay. Was ist das? Ist das einfach nur... Vor allem, was hat er hier, hier und hier? Was soll das sein? Oh. Ne, er... Hä? Ah, doch, jetzt... Ist irgendwie nur ein Pecher oder eine Dose. Meier. Ja, zu dritt auf den Kampolin. Genau. Gute Idee. Skateboard, ein Hund auf dem Arm. Der arme Hund, Alter. Boah, man sieht's nicht. Ey, wie behindert kann man sein, Alter? Mit so'n kleinen Bastards-Skateboard, da musst du ein kleiner Kiesel steilen und du fällst auf die Fresse, Dumme. Ah. Ist das noch ein Junge? Jo. Äh, jetzt riegt fast in dem Schlamm, Alter. Was ist das für ein Riesenhund? Autsch. Na ja, weh. Alter, sowas macht bestimmt mega Bock. Oh. Autsch. Ich glaube, äh... Ich glaube, meine Eltern oder meine Mutter waren mal auf so'ner Banane, wo die auch hinterhergezogen wurden. Und dann ist sie runtergefallen oder mehr runtergefallen. Und die haben erst mal so getan, als wenn sie sie nicht retten, wieder rausfischen, sondern sind erst mal weggefahren und kamen irgendwann dann später wieder. Keine Ahnung, also versuchen, da ein bisschen Angst einzujagen. Also, wenn ihr mal so'n Ding macht, wundert euch nicht, wenn die erst mal wegfahren. Die kommen auf jeden Fall wieder und holen euch. Ist das... ist das ein Typ oder ist das... Hä? Versteh' ich nicht. Sie denkt sich schon beim ersten Mal so... What the fuck? Guck mal. Jetzt so... Was soll das? Ich muss schon lachen wegen dem Kostüm. Naja. Also, das sah jetzt irgendwie gewollt aus. Vor allem, das tut doch nicht weh, wenn er das aus Kostüm kriegt. Nee, das sah gewollt aus. Was macht sie, den Krebs? War nur ne Mathe. Alter, geiler Fernseher. You ready? Was wollen wir? Was ne? Ich kenn das Video nicht. Ah, nee, oder? Ist glaub ich zu weit weg. Ich hätt jetzt gesagt, er kriegt irgendwie die Hand da in den Ventilator oder so. Meine Vermutung. Wie dumm. Vor allem, wie er fällt, ohne dass er sich abstützt, oder? Na gut, das passiert tausendmal beim Training auf so'n Balken. Karma, Digga. Ist das ein Hund, der eine Mülltüte auf dem Kopf hat? Au. Nee, er ist im Schuh drin, oder so. Sorry, aber das war grad das Unlustigste, was ich jemals gesehen habe. Ah, er ist irgendwie auf zwei Skateboards, oder so. Was für ein Hurensohn. Also, genau so guckt er auch. Er denkt so, tu Hurensohn, Alter. Fuck. Er ist grad erst oben. Alter, mit dem braucht er voll alles rein. Auf die Kiste und so. Hä? What the fuck? Verhält sich da rein? No, I actually recorded it. Was ist... Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Nasenbruch. Hä, der Hund! Der Hund leckt seinen Arsch. Oh, er kann's. Merry Christmas. Oder auch nicht. Aua. Merry Christmas. Alter, wer hat denn so eine Stange im Wohn... Alter, wie alt ist dieses Video, Alter? Wer hat denn bitte noch so einen Röhrenfernseher? Was ist das für ein Basketball, Alter? Guck mal, er spricht null. Das ist doch kein Basketball, Alter. Er hat den richtigen Basketball wahrscheinlich. Und der und sein Bruder muss mit so einem Drecksball spielen. Hä, wollte er schießen oder was? Oh, seine Hand aufgeschossen. Naja, gut. Nicht so lustig. Das ist typisch. So. Das war mal das erste richtige Reactions-Video von mir. Keine Ahnung, ob es euch das gefallen hat. Äh, ja. Lasst einfach einen Kommentar, lasst ein Like da, Leute. Schickt mir Links. Schickt mir Links an meine E-Mail. Die E-Mail steht in der Videobeschreibung. KingKovic at Freenet.de Schickt mir da Links rein, Leute. Was ich angucken soll. Worauf ich reagieren soll. Oder auch Themen, worüber ich reden soll. Und ansonsten, weiterhin freue ich mich natürlich, dass ihr ein Teil meines Lebens seid. Abonniert mich weiter. Und guckt jedes Video. Which hit mir nur noch mal dran. Also gerne noch mich rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.